Es ist Unboxing-Zeit, es ist Degusta-Zeit. Hallo meine Lieben, da sind wir wieder mit der Degusta-Box pünktlich vor Weihnachten. Ich bin sehr gespannt, ob da auch Weihnachtliches drin ist. In der November-Box war auch schon ein bisschen Lebkuchen drin und so. Und ja, mal sehen, ob das was wird mit der Box. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, ich habe gedacht, die kommen vielleicht nach Weihnachten oder so. Aber da war sie und ich habe mich gleich vor die Kamera gesetzt und habe mir gedacht, jo, jetzt packen wir aus. Übrigens ist es eine andere Kamera und ich muss mal gucken, wie das mit dem Ton ist und ob die andere vielleicht doch besser war oder nicht. Und deswegen bitte ich das zu entschuldigen, wenn der Ton schlechter sein sollte. Ich habe jetzt keine zwei Kameras aufgestellt, sondern nur diese eine und ich hoffe, dass die sogar etwas besser ist. So, legen wir los. So, eigentlich nicht so weit ins Paket schneiden. So. Schön. Wir dachten, wir fangen mal an. Boah, wie geil ist das denn? Papier! Mein Klass. Das ist nur Spannung. Ich will jetzt packen umgegeben. Ähm, ja, ich hoffe, der Ton ist wirklich besser. Das ist eine, äh, ich probiere meine Spiegelreflex-Kamera aus. Oh, tja, hier ist nochmal der Loot-Sheet. Ich nehme mir das, äh, Beipackzettelchen. Aber wie gesagt, ich probiere meine Spiegelreflex-Kamera aus mit der, äh, mit dem intrigierten Ton. Und, äh, wenn das besser ist, beziehungsweise, dann, äh, stampfe ich die alte Kamera ein. Obwohl, die alte Kamera ist die neuere Kamera, weil das ein iPhone 6s ist. Guck mal, was haben wir denn hier? Gridos, Original. Das ist irgendwie, was ist das? Der besondere Knabberspaß mit vielen Formen. Das ist sicher so 8. Luftig leichter Snack. Also ein luftig leichter Snack. Ja. Ich glaube, das passt, oder? Gut auch. So. Schoko-Oli. Ja. Feine Zartbitterschokolade. Ja, das, äh, kenne ich schon. Auch ganz cool. Kann machen. Ähm. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Soll ich die jetzt auspacken und essen? Ich weiß ja nicht. Oh ja. Ich mag ja persönlich Beefy. Viele mögen sie ja nicht. Äh, ich mag Beefy. Und da haben sie einfach mal hier ein paar Beefy-Snacks reingetan. Und finde ich ganz okay. Die kleinen Beefy ist fast noch geiler als die, sowohl. Ja, dann mache ich auf. Ja, die kleinen Beefy sind geiler. Und die riechen auch nicht so. Kennt ihr das, wenn ihr Beefy aufmacht? Und dann riecht das total, äh, so von diesen eingeschweißenen Geräuschen. Da kommt ihr so ein richtiger Geruch von Tod entgekriegen, sag ich mal. Genauso, wenn ihr die Wurstpackung aufmacht. Dann riecht ihr erst mal so, boah. Weiß die geht. Riecht so nach Salami. Sehr nice. Oh. Aus die Höhle der Löwen. Das kennt ihr vielleicht. Das ist, äh, Kaugummi. So haben sie zu sehen. Das ist, äh, aus der Höhle der Löwen, kenne ich das. Das ist nämlich nicht irgendein Kaugummi, es ist das Kaugummi. Aus der Höhle der Löwen. Ich glaube, die haben kein Deal. Doch, die haben Deal bekommen, glaube ich, ne? Wisst ihr das noch? Das Kaugummi. Haben die ein Deal bekommen? Ich glaube, ja, ne? Elf Dragees, zuckerfrei. Geschmack Zitrone, Basilikum. Also nach den, ähm, wie fies ist das eigentlich ganz gut? Finde ich schön. Guck mal, kommt was aus der Höhle der Löwen. Kommt sogar hier noch in der Digusterbox an. Das finde ich doch ganz nice. Puh. Ja. Tuckcracker. Ähm, die hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Also war einmal Tuckcracker Original dabei und Tuckcracker mit Käse. Die Originalen fand ich ganz geil. Die mit Käse, weiß ich nicht. Die haben einen richtigen muffigen Geschmack gehabt, finde ich. Die fand ich so semi-optimal. Und naja, Tuckcracker halt, ne? Mit Chili-Geschmack. Hui Chili. Vielleicht schmecken die besser. Muss man mal gucken. Ja? Also gucken wir mal. So, gucken wir mal, was da noch so drin ist. So, ich fühle. Das ist, glaube ich, ja. Was natürlich geil wäre jetzt zu Weihnachten, also die ist ja jetzt am 22. ist die jetzt gekommen. Und was ganz geil wäre, wäre eine Sektflasche. Ich glaube, ich habe da auch schon eine gespürt. Die kann man irgendwie mitnehmen, so zum Silvester anstoßen. So, was haben wir hier? So. Erstmal die Kamera halten. So, Al-Navid, Rubin-Morgen, Bio-Super-Müsli, Ariona-Flaume, hä, was ist da? Kakao? Äh, gekeimter Buchweizen, glutenfreie Haferflocken und Goji-Beeren. Hm. Bio, glutenfrei, vegan, alles dabei, ne? Mit Magnesium und reich an Ballaststoffen, süßer aus Früchten. Kann man nur ein bisschen sehen, wie das aussieht von der Seite. Ich habe ja Angst, dass die Kamera gar nicht richtig fokussiert. Wenn es so ist, dann tut es mir leid. Weil ich werde es nicht nochmal aufnehmen, ich werde es einfach so hochladen. Und dann tut es mir wirklich leid. Also, da sind 300 Gramm Müsli drin. Und, äh, ja, also Müsli geht ja immer, ne? So ein bisschen Mandelmilch dazu und so. Oder Kuhmilch, wie ihr wollt. Hat was drin? Ja. Sieht aus wie Spaghetti-Sauce. Und es ist Spaghetti-Sauce. So, es ist Birkel-Nudel-Up. Besonders herzhaft. Bolognese-Sauce mit Bolo-Bällchen. Also, da sind sogar Fleischbällchen drin. Und es ist noch verploppt. Also, wenn man eins meiner Anboxen gesehen hat, da bin ich immer noch stinkig drauf, ne? Dass da diese Thunfisch-Creme, dass die schon geploppt war. Aber wahrscheinlich beim Transport irgendwo angeditscht oder so. Die auf jeden Fall gut verpackt. Und dann hast du hier lecker zu sehen hier so die Nudeln. Bolo-Nudeln. So schön, ne? Oh. Point Grigio. Das ist Weißbein. Wal-Duna, die unbeschwerte Lebensfreude. Der spritzige Wal-Duna, Point Grigio, bietet eine gelungene Kreation aus frische, Frucht und würzigen Aromen. Ja. Ne? Wenn sie nichts reintun, dann tun sie Weißwein rein. So in einer 0,25, also 25 Zentiliter. Ist doch ganz geil. Finde ich gut. Kann man machen. Ist doch immer ein nettes Ding. Nimm mal irgendwo zum Freund, zu einer Freundin gehst. Bringst den kleinen Weißwein mit. Dann passt das schon. Ah, hier. Noch ein bisschen was zu Weihnachten, ne? So, kann man das sehen. Spekulatius Glutenfrei. Ist das überhaupt richtig so? Ja, tatsächlich. Spekulatius Glutenfrei. Ähm, Laktosefrei und Weizenfrei. Also, da ist nichts drin. Es ist Glutenfrei, es ist Weizenfrei, es ist, also Gluten ist ja Weizen, ne? Laktosefreie Kekse, Spekulatius. Natürlich immer Hammer, ne? Also allgemein Spekulatius Kekse, also ich. Ich könnte die auch so essen, auch wenn Laktose ein bisschen drin wäre. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber, ganz nice. So. Gucken wir weiter. Haben wir noch etwas. Wir haben tatsächlich noch etwas. Lebe pur. So, mal den gesehen. Lebe pur. Ein Müsli-Riegel wahrscheinlich. Bio. Rohkostriegel mit Kakao. Glutenfrei, vegan und Rohkost. Ja, da hast du ja alles dabei, ne? Gluten, Rohkost und so. Dieses Video wird nicht unterstützt von Product Placement. So, und da ist sie. Oh, ho, 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 ho. Na ja, gut. Oh, schade. Na gut, ich hatte schon ein bisschen so gefühlt, hab gedacht, so, oh, eine Sektflasche. Für Silvester richtig geil. Für Silvester richtig geil. Und, ähm, ja, ist geil. Es ist sogar mega geil eigentlich. Würde ich mir wahrscheinlich selber nie kaufen. Perlendes Getränk aus Apfel und schwarzem Johannisbeer-Nektar aus Fruchtsam-Konzentraten und natürlichen aeroben Fruchtgehalt. 78 Prozent. Es ist so ein bisschen so ein Kinder-Sekt, aber mit Star Wars. Na komm, jetzt weg hier. Also schließlich Star Wars und, äh, Rogue One ist gerade im Kino gelaufen. Hab ich gesehen. Sehr gut. Wollen wir den reingehen. Und hier haben wir diesen Kinderpunsch, sag ich mal, ne? Damit die Kinder auch dann zu Silvester noch ein bisschen, äh, punschen können, wenn sie Bock haben. Und jetzt Star Wars drauf. R2, D2. Äh, Meister Yoda. Dann Darth Vader noch mit drauf. Ein Sturmtruppler. Und Apfel, schwarze Johannisbeere. Ja, ganz geil. So, das war's, glaub ich, ne? War's das? Hm. Na gut. So, ne richtige Flasche Sekt wäre natürlich, äh, viel geiler gewesen, aber was haben wir denn bekommen? Also wir haben diesen, so, wo ist der, wo ist der Cheat? So, Spaghetti mit Bolo-Bällchen wird hier als Empfehlung, äh, gemacht. Also Spaghetti hat ja fast jeder zu Hause, sieht mich ja gar nicht mehr, so. Spaghetti hat ja fast jeder zu Hause, würde ich sagen, ist okay. Das Albinat-Müsli. Dat kostet 3,99. Ja, ich hab's zwar nicht probiert, würde ich aber vielleicht sogar kaufen. Hm. Die Beefies kosten 1,59 Euro. Das stimmt, glaub ich, sogar. Obwohl, ich hab die auch schon für 99 Cent oder 1,19 gesehen. Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich die unverbindliche Preisempfehlung. Ne, so. Die Birkel-Bolo-Soße mit Fleischbällchen, Entschuldigung, ich hab jetzt, kostet 2,69. Das ist happiger Preis. Für eine Fertigsoße mit ein bisschen Fleischbällchen, und ich wette, die Fleischbällchen sind nicht besonders groß. Die werden doch richtig klein sein. Hm. Für 2,69 krieg ich wahrscheinlich schon Hackfleisch und so, kann ich selber Fleischbällchen machen. So. So. Jetzt, der, äh, Lebe-Pur Bio-Riegel kostet 1,99 Euro, würde ich nicht kaufen. Also, wenn ich jetzt total auf Bio stehen würde, ähm, so. Wenn ich jetzt total auf Bio stehen würde, ich weiß nicht, 1,99 Euro. Ich muss mir mal vorstellen, dass wir jeden Tag so einen Riegel haben. Eine locker bei 60 Euro im Monat, die er da, ähm, für so einen Riegel ausgibt. So. Der Star Wars Drink, hier steht, also, Non-Alkoholic Party Drink, Fruchtgehalt, ohne Zuckerzusatz. Ja, das ist schon mal ganz gut für Kinder, also, ne, natürlich ist es auch nicht, dass sie noch, noch Zucker reingeballert haben. 33 Kalorien, na gut, ist auch nicht gerade, aber das ist Fruchtzucker wahrscheinlich, ne. Weil er 78% hat, äh, vom Fruchtgehalt her. 3 Euro. Für Kinder ist okay, also ich sag mal, da würde ich auch 3 Euro ausgeben, ne, zu Silvester vor allem. Also, die Kinder machen das ja auch, äh, die Erwachsenen machen das ja auch. Da kann es den Kindern auch schön das Gefühl geben, dass sie auch mal ein bisschen, äh, Partybrause kriegen. Also, das ist auch mal was Besonderes quasi. So, die Tuck Cracker, 1,09 Euro. Gut, probiere ich aus. Probiere ich jetzt aus. Mit Käse waren, also ich fand die furchtbar. Die haben so Muffin geschmackt. Die hatten so Muffin geschmackt. Oh. Hm. Hm. Sweet Chili, kann ich sehr empfehlen. Schmeckt ein bisschen wie, hm, wie weiche Chips. Also so Tuck Cracker. Der Chip-Gemack. 1,09 Euro bezahle ich auch im Laden. 99 Cent oder so. Hm. Das ist das Produkt des Monats. Das sind diese, ähm, Grid Chips. 1,09 Euro, das stimmt auch. Sind ja von dieser Lace-Marke. Die sind auch relativ. 59 so der, der gängige Preis für Markenchips, ne. So 1,09 Euro, 1,29 Euro. So, das Kaugummi ist nicht nur durch seinen Markenauftritt erfrischend anders, sondern verkörpert auch die Geschmacksrevolution auf einer einzigartigen, auf dem einzigen Kaugummi-Markt, äh, Kaugummi-Markt, Mensch. Also das Kaugummi, wie gesagt, äh, nettes Gimmick, äh, aus der Höhle der Löwen, hab ich's gesehen. Und find ich ganz geil, dass hier mal was aus der Höhle der Löwen in diese Box gefunden hat. Preis 1,49 Euro, ist Standardpreis für Kaugummis, sag ich mal. andere Marken kosten auch dasselbe. So. Hier. De Beuckela, äh, Chocolat, Zartbitter. Ich mag Zartbitter sehr gerne. Also hier gibt's auch Vollmilch, ist auch abgebildet. Und ich bin froh, dass ich Zartbitter bekommen hab, weil ich mag Zartbitter viel lieber als Vollmilch. Und, ja. 1,29 Euro, das unterschreibe ich, das kaufe ich auch. So. Die Spekulatius-Lebkuchen. Jetzt, äh, laktosefrei und weizenfrei, glutenfrei, alles dabei. Ich glaub, das sind die anderen auch. Also, ich glaub nicht, also glutenfrei wahrscheinlich nicht. Wenn ihr so ne... Ich muss mich leider bei euch entschuldigen, äh, die Kameraaufnahme ist leider abgebrochen. Die Kamera nimmt nur 20 Minuten am Stück auf. Und ich war wohl ein bisschen zu langsam mit der ganzen Sache. Und wir waren, glaub ich, zuletzt bei den Spekulatius-Keksen, als es ausgegangen ist. Und dann hatten wir hier noch den, äh, Walduna-Weißwein, Point Grino. Und 1,49 Euro für den Kleinen hier. 0,25 Zettiliter. Joa, ist auch in Ordnung, ne? Das ist, äh, ein gutes Glas. Auch von unterwegs vielleicht. Wenn man auf einer Party vorglühen möchte, ne? Dann ist das schon in Ordnung. Gut, das soll's gewesen sein. Ich bin, äh, zufrieden mit der Degusta-Box. Also, von mir aus hätte das auch gerne... Star Wars, ne? Das ist schon was Besonderes irgendwie. Würde ich mir persönlich nicht kaufen, aber, ich sag mal, äh, auf jeden Fall ein nettes Teil. Äh, so eine Flasche richtigen Sekt hätte ich natürlich zum, äh, Jahreswechsel, äh, schöner gefunden. Wie gesagt, Weißwein ist cool. Zartwitter ist cool. Der Kram ist cool. Hier, Spekulatius-Kekse sind auch cool. Ups. Das Kaugummi ist natürlich auch ganz geil. Ey, das ist natürlich auch ganz geil. Die Bollo-Soße. Hier die, äh, Beefies. Und die Tuckrecher-Sweet-Chili kann ich empfehlen. Sind ganz lecker. Ähm. Habe ich ja gerade probiert. Die nehme ich irgendwann mal mit für, oder später mal aufmachen. Lasst mir einen Daumen rauf, da lasst mir einen Daumen runter, da. Oder, wenn ihr wollt, sogar ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir alle eine große Familie sind und ich, äh, weiter diese Unboxings machen darf. Ich bezahle die selber. Ich werde nicht gesponsert oder so. Deswegen freue ich mich total, äh, wenn ihr da Spaß dran habt. Und ich hab Spaß dran. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und, äh, einen guten Rutsch ins neue... Also fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Da klickt. Sollt ihr auf meinen Kollegen kommen? Der macht auch coole Unboxings und, äh, Reviews. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da mal gern vorbei. Andere Button ist dann mein Button. Da könnt ihr auf meinen Kanal gehen, wenn ihr wollt ein Abo da lassen. Und in der Mitte hier, also hier wahrscheinlich, da findet ihr, ähm, ein anderes Video von mir. Und klickt doch da mal drauf. Vielen Dank. Tschüss.